salut und willkommen meine lieben freunde zu einem neuen projekt und zwar zu tag it light mit ein paar anderen leuten die seht ihr hier bei mir alle schon können sich ja alle mal kurz mal vorstellen doch man sieht auch nicht mit mir noch niemanden so hi hallo jonas hönnchen ist dabei hallo meine lieben freunde herzlich willkommen auch meinem kanal wieder mal zu meinsthoff projekt trinkenuss ist dabei und ja genau und reliktimere ist auch dabei und bonaparte unterstrich und genau der napoleon der würde alles und sich unter nagel reißt ja na wehe kann ja mal erzählen was hier so los ist ja ich hab mal wieder keine torsten weder torsten noch mühen gescheut und dachten uns immer wieder es wird zeit für ein neues projekt und ähm oh also das heißt nicht dass alte projekte zu ende sind aber langsam gen ende gehen vielleicht gerüchte tummeln sich da und jetzt spielen wir tag it ich habe keine ahnung davon tag it light äh micha weiß ein bisschen was könnte im aufhören von meinem berg die bäume abzubauen nein nein das ist wichtig ich habe tierisch lust wieder auf meinem kanal was für also wieder ein projekt zu starten was nur da läuft nicht auf twitch und von daher sind wir jetzt hier alles spontan an dem mittwochmorgen um 0 9 und nehmen tag it auf ist es donnerstag donnerstag stundenscheiß fast genau genau tja ist ja nun bei mir auch erst mal seit längerer zeit wieder was was bei mir auf dem kanal läuft und ja also ich persönlich bin jetzt am suchen wo ich mir hin baue ich fälle bäume ich fälle auch gerade bäume ich habe auf jeden fall richtig bock mit da was mit euch zu machen verliert ihr jetzt eigentlich hunger oder nicht ja ich habe schon zwei beiden äh schon 200 heulen weniger man sollte vielleicht dazu sagen dass die version von tag it light schon ein bisschen älter ist ja sie läuft auf der minecraft version 1 7 4 1 4 7 oh gott stimmt ja also die ist schon dezent älter ja und ich habe auch gerade gemerkt dass ich nicht items auseinander ziehen kann also wenn ich was in der hand habe und darüber und über felder ziehe dann ist normalerweise halbiert jetzt muss ich alles einzeln klicken hier ja ja das ist so das ist schrecklich ich bin ganz fertig was schönes ist dass mein baum gerade komplett auf einmal despawned ist das finde ich in ordnung ja das hat glaube ich mit irgendeinemot zu tun ja aber hier ist einer der ganz langsam despawned das ist blöd wir ganz kurz noch mal die musik leise machen es red mich furchtbar auf ich werde eh einen drunter legen das hätte ich vielleicht vorher machen sollen so was bist du? naja minecraft musik nervt mich ähm oh hier ist schwarzer qualm warte dir mal ganz kurz erzählen wo ihr seid was ist das? weil ich niemanden mehr sehe außer Schatzi ich bin gleich am spawnpunkt den berg runtergelaufen und ich sehe hier schwarzen qualm und ich weiß nicht was das ist was bist du? also bist du jetzt eher in flussnähe oder? richtung wüste aha also ich bin genau zur anderen seite ich bin hier unten am fluss ich sehe dich ich sehe dich ja genau und ich hätte mich hier auf diese Ebene gebaut ich brauch irgendwie erstmal was zu essen leute ja spawne doch mal eine kiste Brote ich hätte bestimmt jetzt in meinem youtube projekt was spawnen naja wenn wir hier nichts finden das ist doch blöd wenn wir alle in der ersten Folge verhungern das ist unsere spawnkiste mensch das würde ich machen das haben wir doch bei einem anderen projekt auch gemacht echt? ja da hatten wir auch am anfang immer irgendwo Brote oder Kartoffeln oder Fleisch ach hier ist der Turm okay ich hätte den Namen Turm die Kiste so das ist jetzt für meine Zuschauer nicht sichtbar Game Mode 1 so ähm suchen es heißt nicht Kiste ne es heißt Truhe ich hasse das Truhe und noch eine Truhe wow fuck 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 ich hab nen Enderman angeguckt oh ich sehe ihn ja ja oh die sind Schweine na du Schweins geht hier schon mal gut los wie immer ich muss glaube ich mal meinen minecraft ein bisschen leiser machen nehm ich auf? ja die obligatorische Frage am anfang eines jeden Projekts wirst du mich hier in Ruhe? so ich umsinn jetzt siehst du den Qualm hier? ja seh ich 2x64 Brote das ist eine gute Frage du hast auch geschitten Enderman neben mir das hat bestimmt auch was mit Müscraft zu tun oder wie das Ding heißt aber ich kanns nicht angucken aber ich kanns nicht angucken hat jemand ne Ahnung wie wir das also nennen wir das Projekt einfach nur Tagged Light? ich hätte es so genannt let's play Minecraft Tagged Light? ok naja oder keine Ahnung ich weiß nicht was das ist Lyser hat was das mit Müscraft zu tun ich wollte ja eigentlich eh schon mal ein paar Modpacks spielen und Tagged Light war jetzt das letzte was ich spielen wollte aber jetzt kams dazu irgendwie ist mir auch egal ich fände für mich persönlich andere viel spannender ich glaube ich hole mir jetzt erstmal meine 64 Brote ab die sind oben am spawnen 62 äh 32 für jeden nur tut mir leid achso oh dann mach ich zum spawnen laufen also ich weiß wo ich baue und zwar gerade wo ich mich gesehen habe das wird mein Platz ja was denkst du warum ich da gerade bin also wir können sehr gerne nebeneinander bauen das macht kein Problem hier ich möchte auf dieser ebenen Fläche am Fluss ja ich bin noch am überlegen ob ich da auch baue aber wir können auch gerne nebeneinander bauen kann ich sprinten? ja es geht was denn Schatzi? ja ok gut ich glaube ich habe es langsam verstanden alles gut ich war nur gerade sehr verwirrt weil wenn man nicht den untersten Block von dem Baum zuerst abbaut die spawnt er nicht komplett wenn man aber dann ist er direkt komplett zerfallen und das hat mich gerade dermaßen verwirrt ich glaube ich baue hier mir auch mal einen kleinen äh tritt man in der Version auch Weizentörner durch abbauen von Dras? ja ich glaube das war von Anfang an so ach stimmt da ist der erste oh Gott geil bei mir despawnt übrigens original gar nichts ich muss den kompletten Raum abbauen das ist schade hm ach herrlich ach herrlich ich werde auf jeden Fall hier mal am Fluss einen Wegpoint äh einen Wegpoint äh einen Wegpoint genau Jonas einen Wegpoint setzen mit C war das ne? ja waypoint name wo bist du jetzt genau? ich hab noch nichts gefunden wir können uns ja dann doch irgendwie so ein bisschen in ähm Häuschen wenn du mir sagst wo du bist äh im Momentan stehe ich wieder oben auf den Spawn oh das sieht man ja auch auf dem Spiel das ist ja drast ok bisschen penetrant aber schön dass es da ist ich hab jetzt eigentlich auch vor mir irgendwie so einen Berg zu holen damit ich in den Berg hereinbauen kann so das Haus du kannst ja hier in den Spawnberg reingehen wenn du willst joa wenn den keiner will nehm ich den der ist auch nicht so weit weg was sind denn Indido Flowers hat mir da nix und Flexseeds hab ich auch schon Beton ich hab Kupfer gefunden Diaboden was? gut also nehm ich jetzt den Spawnberg mach doch der ist jetzt meiner ich mach mir jetzt das nochmal das Wichtigste kann jemand sagen was was Flax ist? weißt das jemand? Flax ist so ein Getreide Zeugs naja damit machst du dann Stoffe zum Beispiel achso cool also kannst du dann übrigens gerne mal Bescheid sagen wenn irgend einer Schafe findet ne hmm bezüglich Betten und so bestimmt bald also ich baue jetzt hier hinten Jonas gucke mal kurz zu deiner linken ja hier baue ich sieht sehr gut aus glaube ich ich werde mir alle eure Häuser als Wegpunkt setzen wenn sie fertig sind ich hab Schafe gefunden genügend für uns alle oh mein Gott die ganze Schafherde wo bist du? äh hier bei mir hätte ich jetzt gesagt aber ja äh links von Jonas kann es sein dass es Teilmonster gibt oder habe ich das wieder ausgestellt? äh keine Ahnung hab ich gerade auch kein Problem ich weiß du solltest vielleicht noch den Creeper Explosionsschaden wieder ausstellen ne ich hatte noch gerade aber du hattest doch einen Ender einen Ender Drachen genau äh stimmt wie ging das nochmal hier drüben sind Schafe oh Gott da gab es irgendein Command für Mobgriefing noch irgendwas ne ja ach da hinten bist du okay Roger Ronimo zwei Herzen war das Mobgriefing? ich glaube schon ne ja ich glaube auch so die Fakle habe ich übrigens zufällig gefunden das tut mir sehr leid so was hast du gefunden? die Fakle habe ich zufällig gefunden, sag ich von dem Turm da der übrigens sehr schön geworden ist aber er ist wegmäßig äh Problem ist es ist sehr dunkel für meine Zuschauer wenn ich da nachts rumlaufe ohne Fakle ja dann musst du die Helligkeit hochstellen du bist, du bist ein Fuchs wo steht denn das? äh gehen wir auf Grafikeinstellung Helligkeit da wo düster steht der einzige schwarze Balken ah das könnte ich vielleicht auch mal machen äh wo mache ich das nochmal Video-Settings ne? ganz hoch auf hell ne? Grafikeinstellung so ist doch schön perfekt so ist das jetzt zu hell nö das passt ich find's großartig so genau ja meine lieben Leute ich bin ja eigentlich derjenige der hier total Technik-Verrückt ist und ich wollte ja schon lange mal ein Technik-Mod-Projekt machen aber alleine fand ich das dann auch mal ein bisschen blöd und ja das war jetzt eine komplett spontane Entscheidung von uns sehr spontan zu ziehen und äh aber ich find's ich find's cool dass es doch bei uns allen läuft ja das ist ein Wunder das ist wirklich ein Wunder also bei manchen kann ich Kupfer mit Holz ab und nein kann ich nicht okay PC-Specs die ich mir anschaue von Schatzi von Trinktündus eigentlich sind die gar nicht so schlecht aus normale Minecraft ruckelt halt schon ne? ja gut so ich hab wieder die guten alten Samen in meiner Hand oh ich hab ein Schneebion gefunden ja das ist hier links von mir da sind irgendwie äh Tannen auch und da liegt Schnee drauf Fichtern Fichtern ich hab übrigens schon noch ein Rubber mit Baum mit ich möchte übrigens betonen dass wir schon mittlerweile seit einem Jahr über einem Jahr zusammen Videos aufnehmen ja ich hab mein einjähriges Jubiläum äh offiziell verpasst ich auch Fito sehr offiziell sehr verpasst ja oh ein Creeper hi oh hallo oder Zombie hat mir eine Mini Minium Scherbe gedroppt und hier ist auch noch ein Zombie mit Deutrüstung kompletter kannst du ja mal äh du kannst das mal äh geh mal mit der Maus drauf und dann kannst du mal entweder uh war's glaub ich für Usage und dann kannst du ja gucken wofür du das gebrauchen kannst oh Gott jetzt ist mein Minecraft schon ich spiel mal nochmal wieder in der Folge leider in der allerersten ganz kurz im Game-Mode und total wieder befähig ist ich kann daraus mit einem Trägerstein und acht weiteren ne sieben weiteren dieser Dinger einen Minium Stein machen das ist äh schön wozu braucht man einen Minium Stein und Minecraft hängt wieder mit einem Minium Stein kann man sich einen Feuerstein craften wow okay also also total nützlich aus vier Cobblestone und einem Minium Stein aus einem Feuerstein und einem Minium Stein kann man sich vier Cobblestone craften wann kann man noch Cobblestone ne Kies aus Erde und dem Ding craften und Erde aus Kies und dem Ding und ja bin ich aber geradezu doof wie kann ich die Help-Seiten weiter scrollen die was? indem du indem du die Seiten eingibst slash help und dann zwei, drei, vier, fünf, neunhundertsiebzig du musst einfach was willst du denn machen du musst einfach wissen wie ich dieses Mobgriefing aufstelle ja du musst slash game rule und dann wird dir alles angezeigt was möglich game rule war das du hast recht meine damen und herren das ist unser Admin lass mich mobgriefing ja genau jetzt game rule ach Mist ich bin der beste Admin Admin nein bin ich vielleicht nicht aber naja also mit diesem Minium Stein kann man irgendwelche sinnfreien Sachen zu anderen sinnfreien Sachen zusammen craften naja so also ich hab jetzt ich hab jetzt nur mal für alle ich hab jetzt Mobgriefing Falls gesetzt das sollte der Befehl sein dass Creeper nicht mehr Schaden machen das hört sich gut an ich kann mich mal ausprobieren wie letztes mal da ist jemand gestorben ich glaub das war Lisa ne Lisa ist auch gestorben ja klar dieser hat die Anzahl der höchsten Tode auf jeden Fall ich hab gerade einen Creeper bei mir ja kein Schaden ich hab gerade was explodieren hören ja kein Schaden alles gut also kein Weltschaden ja das stimmt oh ich hab Marmor gefunden nice kann ich eigentlich den Flax auch so anbauen wie alles andere auch ok können wir für die ersten Hächte den Monster ausstellen ich muss so ausbesehen nein man aaaah ja kann man cool oh Gott vielleicht ziehen wir die erste Folge doch ein bisschen länger Hilfe ich höre ein Zombie wir können auch ein paar Folgen aufnehmen ja so erstmal zurecht oh was bist du denn oh Schatzi hier sind 15 Creeper kannst du aaaah ja dann weg bei mir ist nix kannst du mich mal bitte in Game Mode packen ich sterb sonst bitte bitte Hilfe oh scheiße mein Hack ist kaputt nein ich komm nicht an das Seufel ist egal wie war denn das ist egal lass rein ich find den doch irgendwann ja ist ja schön ich hab nur wieder Fackeln um mich in Sicherheit zu bringen noch sonst was ich bau mich jetzt ein ach hier Game Mode 3 8 du trinkst dir nur so warte nein brauchst du jetzt nicht mehr jetzt bin ich auch in Sicherheit also zumindest fast Frauen soll einer verstehen ey oh Gott ich bin tot ich bin tot ja weil plötzlich zwei Skelette neben mir standen während ich mich einbauen wollte ich mach das jetzt nur für dich Schatzi ich hab irgendwas falsch gemacht oh Gott hallo Creeper hallo Creeper hättest du nicht vielleicht später kommen können ok ok wenigstens ist er explodiert hallo zum oh hallo Skelette oh scheiße ich geh wieder unter die Ader ach da bist du Michael da hinten ja ja ich bin hier gerade ich muss hier mal kurz tschüss ich muss hier mal kurz tschüss äh dann crafte ich mir halt noch ne Bank also läuft wie jedes anständig deport auf Youtube ja chaotisch ah der Baum baut sich sofort ab von selbst wenn man drauf wenn man drauf also Timbermode und so ja wenn man unten den ersten Block abbaut äh ich weiß nicht mehr wo ich gestorben bin kannst du übrigens auch auf der Minimap die anzeigen lassen mhm ok mit M war das naja aber ich glaub ich glaub nicht im Nachhinein oder? äh das weiß ich nicht aber es gibt ein Deathpoint irgendwie was ich weiß nicht den man sich schauen lassen kann huch so dann schmelzen wir mal unser Zinn was machst du denn jetzt schon? ich bin ja noch oben am Bauen ich schmelze Zinn ich mach mir jetzt sowieso erstmal hier ein bisschen Kies noch nie was von Zinn gehört in Minecraft noch nie was von Zinn gehört in Minecraft naja ist ja auch gehört ja auch zum Mod ähm hab ich grad hier nen Bump gebaut irgendwo zuvielerweise irgendwo wo es noch Holz rumliegen wo war ich denn grade? bin ich so bescheuert geworden mittlerweile? drei Flints brauche ich glaub ich für das was ich grad vorhabe aber das hab ich eben auch gemacht zum Sammichershilfe was denn? das Deathpoint sich anzeigen lassen ach klar ja ja musst du dir mal erklären bitte nochmal ähm lass mich sehen na bei wenn du M drückst ja und das steht als dritter Punkt Deathpoint ach da und da musst du Enabled machen ach da ach Gottchen hier ist der Baum alles gut will we find Iron? was? was? warum? was denn? für mich hätte ich da eine Wette ja echt mal hinunter oh nein oh doch ach nee richtig geil im nachhinein wird einem sein Todespunkt nicht mehr angezeigt siehste ähm hm ich dachte ein Baum geht gleich kaputt wenn ich ihn abbaue ist denn irgendwie nur ein Ding kaputt da manchmal leckt das irgendwie im Gott und keine Ahnung hallo aber wo bin ich denn gestorben? ja da ist die Wüste da bin ich nicht gestorben jetzt ich bin im Schnee gestorben danke also beim Schnee sterben im Schnee, betrinkenlos mann wo ist auf jeden Fall super unterhaltsam als erste Folge du ist ein Traum geht voll die Party ab ich will doch nur wissen wo ich gestorben bin ich will doch nur wissen wo ich gestorben bin jetzt sterben auch noch alle Monster an die ich nicht orientieren konnte oh Flint jawoll ja wenn du fliegst findest du vermutlich da nicht Schatzi ja wenn ich laufe noch weniger weißt du? ich weiß ja noch nicht mehr wo ich lang gelaufen bin das das manno aber der World Spawn hat funktioniert oder wie? ja der hat funktioniert ja der hat funktioniert ja super ja super ja super ja super ach manno tin sehr gut so jetzt kann ich leider hier das ach setz mich in irgendein hm warte mal wo ist jetzt der World Spawn ich hab Wüstentempel gefunden 0-0 Schatzi ok 0-0 egal setz mich mal wieder aus dem Game-Mode raus bitte survival hat das geklappt? ja nice ja das wollte ich eigentlich nicht aber gut wir waren das fürs erste wie immer ganz schlicht das Häuschen du baust schon ein Haus ich fang grad wieder von vorne an ey du bist auch zu sterben mich nicht ja voll kacke ich hab eine jawoll warten oh ich kanns noch nicht abbauen ich hab was schönes gefunden warten äh müsste Rubin sein ja genau so ist nicht schlecht können wir mal ein bisschen slowly machen ich hab keine Ahnung von dem was wir machen gerade ich versuche gerade zu überleben deshalb brauchst du auch ein Haus ja was denn sonst was für die Minecraft ja aber minen erstmal also hier ist wirklich Mining das wichtigste ja das stimmt das wissen alle außer ich das ist ja geil na es ist doch nicht schlimm es ist ja jetzt sicher kein Wettbewerb oder so es gibt diesen Mod dass sich die Items automatisch nachfüllen ja Inventory Tweaks oh I love it ja ich weiß oh wie schön Kupfer haben wir schon mal jede Menge ich bin grad wie ein kleines Kind aber naja ich kanns nicht abbauen ich kanns nicht abbauen ich kanns nicht abbauen äh übrigens äh das Commentary light grad ein bisschen weil jetzt irgendwie alles so neu ist und so schön äh es muss nicht unbedingt sein dass wir bei allen Folgen wirklich zu viert sind aber auf jeden Fall ist das die maximale Spieleranzahl also vier Leute genau das heißt mehr werden wir nicht ähm es gibt bestimmt Folgen auch bei Micha der ist ja auch hochlädt wo mal nur ich da bin oder nur Lisa oder nur Trinkenuss oder wie auch immer oder auch mal alleine oder mal ganz Solo richtig im traurigsten Fall so wie ich mich kenne im ähm in Verbindung mit Technik Mods ja ich näh mich da noch gar nicht aus und äh ich werd mal sagen das wars von der ersten Folge ne schon ja das 20 Minuten sind rum ja ja bei mir sinds jetzt grad 21,50 wir haben ein bisschen rumprobiert am Anfang aber ich denke mal wir nehmen gleich weiter ja so auf jeden Fall sehr chaotisch äh schaut mal vorbei Bonaparte ist unten im Videobeschreibung verlinkt auf jeden Fall ja alle anderen auch und äh genau alle anderen auch äh betrieblos nur Twitter aber reicht ja das Modpack genauso unten verlinkt richtig im ersten Mal vielleicht auch mal alle Mods die drin sind oh Gott vielleicht für die Leute die jetzt nicht unbedingt googlen wollen und äh ja wenns euch gefallen hat ihr wisst was zu tun ist lebt einen Daumen nach oben da guckt doch bei den anderen vorbei so siehts aus und dann würde ich sagen tschüss bis zum nächsten Mal tschö bitte tschö tschüss 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 tschüss